Musik Halleluja! Halleluja! Children of God, praise the Lord! Halleluja! Can we give Jesus? Amen! Amen! Es ist gut, hier bei euch zu sein. Danke, dass ihr mich heute zu Gast habt. Und ich möchte einfach, dass wir jetzt beten. Unser Vater im Himmel, wir geben dir die Ehre und den Lobpreis. Dass du uns wörtlich erachtet hast, deine Kinder zu sein. Dass du uns so gesehen hast, wie wir sind. Und uns angenommen hast. Mitglieder deines Reiches zu sein. Und in deiner Gegenwart zu stehen. Dich anzubeten und dich zu preisen. Jetzt sind wir wieder hier. Um dein Wort voller Offenbarung zu empfangen. Dass dein Wort vollkommene Verwandlung bringen wird in unserem Leben. Dass dein Wort Heilung auf unsere Körper bringen wird. Dass dein Wort, das Feuer ist. Das voller Kraft ist. Leben in unseren Geist bringen wird. In Jesu Namen. Amen! Amen! Also das Thema von heute Abend begeistert mich wirklich. Einen Unterschied in unserer Welt zu machen. Also wirklich einen Impact zu machen. Dass es eine Auswirkung hat auf unsere Generation. Wenn du dir die Welt anschaust. Da gibt es Menschen, die haben einen Unterschied gemacht im Bereich Technologie oder Wissenschaft. Zum Beispiel wenn du dir ein Handy anschaust. Manche Personen gab es, die haben das gemacht. Und jetzt reden wir von unserer Beziehung mit Gott. Wenn du dir die vergangenen Generationen ansiehst. Dann haben manche Personen einen Unterschied in ihrer Generation gemacht. So jemand wie Martin Luther. Er war anders. Und er hat auf einen Unterschied gemacht. So jemand wie Charles Finney. Das ist ein Mann. Der es satt hatte. Er war nicht mehr zufrieden mit den normalen Gemeindedingen. Er wollte etwas anderes. Sein Herz begann sich danach zu sehnen nach dem Wirklichen. Sein Herz begann sich nach Gott zu sehnen. Und er hat den Preis bezahlt. Er ist immer in den Wald gegangen um Gott zu suchen. Er ist immer beten gegangen. Bis die Kraft Gottes auf ihn kam. Und zu seiner Zeit. Überall da wo er hingeht. Er hat gepredigt. Über die Kraft aus der Höhe. Und dann ist die Kraft Gottes herabgefallen. Und Menschen wurden geheilt. Und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Gehe durch deine Bibel durch. In jeder Generation. In jeder Generation. Zu jedem Zeitpunkt. Gab es Personen. Die einen Unterschied gemacht haben. Entschuldigung. Ich denke manche Leute sollten uns sehr gut sehen. Ich denke hier ist es besser. Tut mir leid. Okay. Ist es so okay? Ist es so okay? Vielleicht können wir auf die andere Seite gehen. Okay. Amen. Amen. Wenn ich meine Bibel lese. Schaue ich mir verschiedene Charaktere an. Verschiedene Personen. Die so einzigartig waren. Wie Maria die Jesus auf die Welt gebracht hat. Sie war so ein wunderbares Mädchen. Sie war anders als alle anderen Mädchen. Sie hat sich selber bewahrt. Sie war Gott nahe. Sie hat an die Bibel geglaubt. Und sie sagte sich. Bis ich heirate. Bis ich heirate. Ich werde niemals Sex haben. Ich werde mit keinem Jungen Sex haben. Bis ich geheiratet habe. Sie war mit diesem Bruder verlobt. Bruder Josef. Aber sie hatte einen Bund mit Gott. Keine sexuelle Aktivität. Bis wir verheiratet sind. Und Gott suchte jetzt nach jemanden. Jemanden. Durch den er dieses heilige Kind hervorbringen konnte. Jemanden der die Welt verändern wird. Der die Geschichte der Welt verändern wird. Und Gott hat all die Mädchen angeschaut. Und wen hat Gott gefunden. Dieses Mädchen das anders war. Dieses diejenige die anders war. Diejenige die nicht so war wie jede. Du kannst Menschen nicht verändern wenn du so bist wie sie. Du kannst niemanden verändern wenn du das gleiche Problem hast. Du musst anders sein. Um einen Unterschied zu machen. Da muss etwas in dir sein. Das andere nicht haben. Das du in der Lage bist sie zu verändern. Du kannst nicht das tun was jeder tut. Und sagen du willst Feuer. Ja ich will Gott. Jeder will Gott. Aber wie willst du denn jetzt Gott? Hier in Deutschland so musst du weißt. Wenn du auf die Uni gehen willst. Da kannst du nicht einfach aufwachen und sagen ich will jetzt in die Uni nach Berlin. Ah mir gefällt die Uni in Dresden. Ich möchte gerne dort Student sein. Du brauchst gewisse Qualifikationen. Du brauchst gewisse Dinge. Die dich qualifizieren. Die dich qualifizieren. Bevor du sagen kannst ich gehe zur Uni. Wenn du qualifiziert bist. Dann wirst du aufgenommen. Wenn du in die Armee willst. Deutschland hat eine gute Armee. Und du willst ein Soldat sein. Oder du willst Polizist sein. Oder du willst in die Luftwaffe. Da kannst du nicht einfach aufwachen. Einfach nur weil es dir gefällt. Sie haben ihre Kriterien. Und dem gehorchen die Leute auch. Nicht jeder der da hinkommt wird auch angenommen. Wer sind die die angenommen werden? Die die qualifiziert sind. Die 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 Qualifikationen haben. Die die den Test bestehen. Wie ist es bei Gott? Dem Schöpfer des Universums. Er hat seine eigenen Qualifikationen. Und das nennen wir Regeln. 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 Gesetze. Das können wir nicht machen. Das heißt du willst Gott nicht. Deutschland hat Gesetze. Also ich sehe verschiedene Leute, die mich in Deutschland mit ihren schönen Autos rumfahren. Sie gehorchen den Regeln. Damit sie keine Schwierigkeiten bekommen. Vor einiger Zeit. Da bin ich irgendwo hingegangen um zu predigen. Und wir waren schon spät dran. Der Bruder der mich da hingefahren hat. Ist jemand der pünktlich ist. Also er wollte, dass wir da rechtzeitig dort sind. Aber er hat was verpasst. Während wir da schnell gefahren sind. Da habe ich plötzlich einen Blitz gesehen. Ich habe gesagt, hey Bruder, was ist passiert? Dann hat er abgebremst. Dann hat er gesagt, ich bin schneller gefahren als ich sollte. Und dann sind wir also gefahren. Und jetzt mussten wir uns an die Regeln halten. Die Deutschen sind dafür bekannt, dass sie ihren Gesetzen gehorchen und die Regeln befolgen. Und wir machen das gerne befolgen. Wie ist das bei Gott? Wie ist das bei Gott? Also wir müssen auch wissen, dass Gott seine eigenen Regeln hat. Also wenn du Gott sehen willst. Musst du seinen Regeln folgen. Wenn du die Verkehrsregeln befolgen kannst. Oder die Regeln für all die anderen Sachen. Dann müssen wir auch das Wort Gottes umarmen. Maria sagte sich selber. Ich werde anders sein. Ich werde nicht so sein wie jedes andere Mädchen. Und wisst ihr, was wir hier auf der Erde machen? Wie wir unser Leben leben? Das sieht Gott vom Himmel. Er kennt dich. Er kennt jeden einzelnen von uns. Und Gott hat Maria gesehen. Und was hat er getan? Er hat jemanden gebraucht. Jemanden, den er gebraucht hat. Jemanden, der in der Weltgeschichte auftauchen kann. Und er sendet den Engel Gabriel. Und was hat der Engel Maria gesagt? Als der Engel kam, Du hast Gunst gefunden beim Herrn. Wow, was für wunderbare Neuigkeiten. Jeder einzelne von euch hier heute Abend wäre so glücklich, wenn du heute Abend daheim bist und dir erscheint ein Engel und er sagt, mein Name ist Gabriel. Ich komme vom Himmel. Aus der Gegenwart des Vaters. Wow, herzlich willkommen! Hast du irgendeine Botschaft für mich? Ja, der Vater hat mich gesandt, dir zu sagen, Du hast Gunst empfangen beim Herrn. Und Jesus wurde geformt in dem Körper von so einer heiligen Frau, die sich entschlossen hatte, anders zu sein. Und ich möchte jetzt noch jemanden anders hervorbringen. David. David war jemand unter sieben oder acht Kindern. Der jüngste von allen. Aber er war anders. Sein Herz war anders. Er war so ein junger Mann, der ganz anders war. Er hat sich immer nach Gott gesehen. Er hat hart gearbeitet. Er hat Gott gefürchtet. Ich werde euch jetzt das aus der Bibel zeigen. Macht euch bereit, eure Bibel aufzuschlagen. Er war so ein wunderbarer Bruder. Er hat sich nach Gott gesehnt. Er hat sich nach Gott gesehnt. Und was ist passiert? Was ist mit David passiert? Als erstes möchte ich, dass wir das Buch 1. Samuel aufschlagen, Kapitel 13, Vers 14. Und danach schlagen wir die Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 22 auf. Habt ihr es schon? Und ihr seht hier zwei Charaktere. Und ihr seht hier zwei Charaktere. Saul und David. Saul war Gott nie gehorsam. Und Gott ist niemals glücklich über jemanden, der ihm nicht gehorcht. Er freut sich da niemals. Aber er ist immer geduldig. Seine Geduld ist ganz ausdauernd. Manchmal, wenn Gott geduldig mit uns ist, dann denken wir, er nimmt alles an, was wir tun. Auch wenn wir eigentlich wissen, wir machen das Falsche. Und wir denken, weil Gott uns noch nichts angetan hat, hat Gott uns das so akzeptiert, was wir tun. Saul war so jemand, den Gott dazu gemacht hatte, dass er König über Israel ist. Alles, was Gott ihm jemals sagte, was er machen sollte, hat er nie gemacht. Gott sagt zum Beispiel, mach das. Und dann sagt er immer, ja, ich habe das Gehör verstanden. Und er hat dann das Gegenteil gemacht. Und ist wiedergekommen. Und hat dann gesagt, ich habe getan, was der Herr mich gebeten hat zu tun. Und Gott war geduldig. Er hatte ganz lange Geduld. Und dann entschloss sich Gott, ich muss jemanden finden. Heute sucht Gott nach jemanden, den er benutzen kann, um Erweckung zu bringen. Jemanden, auf den er seinen Geist, seine Kraft und seine Salbung aussieht. Jemanden, durch den er die neuen Geistesgaben manifestieren kann. Jemanden, bei dem er den fünffältigen Dienst manifestieren kann. Jemanden, der bereit ist, anders als jeder andere zu sein und so wie Jesus zu sein. Egal ob du männlich oder weiblich bist. Gott hat gesucht. Er hat gesucht. Er hat wirklich gesucht. Und der Prophet Samuel hat gebetet. Hat gebetet. Hat zu Gott gebetet. Über Saul. Und eines Nachts sagte Gott zu Samuel, hör auf zu weinen. Ich habe ihn abgewiesen. Ich habe ihn verworfen. Aber ich habe jemanden gefunden, der mir gehorchen wird. Ich bete heute Abend, dass du derjenige sein wirst. Den Gott finden wird, dass er ihm gehorchen wird. Dass du derjenige bist, bei denen die Prophetien für dieses Land durch dich zur Erfüllung kommen. Dass du derjenige bist, der einen Unterschied macht in dem Leben dieser Nation, in deiner Versammlung, in deiner Generation. Schau dir an, was die Bibel sagt. 1 Samuel 13, Vers 14 Er sagt, Samuel 13, Vers 14 Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr gebot. Und wenn du dir jetzt noch die Apostelgeschichte anschaust, Kapitel 13, Vers 22 Wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag das einfach mal auf. Apostelgeschichte 13, Vers 22 Ich lese Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Stell dir nur mal vor, Gott hat ein ganzes Land durchsucht und wen hat er gefunden? Einen Mann, einen jungen Mann, Sein Name war David. Und Gott begann schon über ihn Zeugnis abzulegen. Schau dir das Wort Zeugnis an. Zeugnis bedeutet zu bezeugen. Wir geben Zeugnis, wenn wir in den Gottesdienst kommen, davon, was Gott in unserem Leben getan hat. Aber denk mal darüber nach, dass Gott Zeugnis gibt, dass Gott im Himmel aufsteht und ein Zeugnis gibt vor all den Engeln vor all den Engeln vor all den Engeln und jeden und vor der ganzen Erde. Und was ist das Zeugnis? Dass er ein Zeugnis gibt über eine Person auf der Erde. Über jemanden auf der Erde. Über wen legt er Zeugnis ab? David. Gott kann über dich Zeugnis ablegen. Gott kann von dir Zeugnis ablegen. Wenn du anders bist. Wenn dein Leben ihm wohlgefällig ist. Wenn du einen Unterschied in deinem eigenen Leben zuerst machst. Und als Gott David fand, und er gemerkt hat, dass das ein Mann nach meinem Herzen ist, dann schickte er den Samuel mit dem Seibungsöl um nach ihm zu suchen. und Samuel kam in eine Familie eine große Familie mit starken Jungs ganz starken Jungs gut aussehenden Jungs sie sahen ganz stylisch aus Praise the Lord! Siehst du was hat Gott gesagt als Samuel den ersten von denen gesehen hat und hat seine Muskeln gesehen wow Samuel sagte das ist der Mann und Gott sagte pssst nicht dieser nicht dieser der nicht und der zweite und der dritte und so weiter sie alle zusammen da war niemand qualifiziert da war niemand qualifiziert um die Salbung zu tragen was was passiert hier Gott hat sich einfach jeden angeschaut Samuel hat gesagt und Gott sagte schau ich schau nicht auf die äußere Erscheinung ich schau nicht auf deine Muskeln ich schaue auf das Herz Gott kennt unser Herz Gott kennt die, die nach ihm suchen es sollte eigentlich ein Jugendgottesdienst sein wo sind die Jugendlichen? wo sind die Jugendlichen? wo sind die Jugendlichen? ich kenne viele Jugendgottesdienste heutzutage warum kommen denn die Leute warum kommen denn die Leute was sie da sich anschauen wollen wonach suchen sie? natürlich wenn ich in den Gottesdienst gehe dann suche ich dort nach Gott und er segnet mich immer aber warum kommst du in den Jugendgottesdienst? du suchst nach einem Freund du suchst nach einer Freundin ich habe mal in einem Jugendgottesdienst gepredigt und als ich predigte da hat dieses eine Mädchen so geweint und geheult sie hat einfach nur geweint sie hat geweint und ich habe gesagt wuhuuu meine Botschaft verändert jemanden und ich habe gesagt wuhuuu meine Botschaft verändert jemanden die Erweckung ist gekommen heute wird was passieren und dann fing ich an für die Leute zu beten und als sie dran war sie hat geweint und ich habe in meinem Herzen gesagt Jesus wenn das der einzige Grund ist warum ich hier bin dann bin ich zufrieden und dann habe ich für sie gebetet sie hat geweint ich habe gebetet sie hat geweint und ich habe gesagt und hat sie dann gesagt sie möchte mit mir sprechen und ich habe gesagt okay und ich habe gesagt was ist das Problem und dann hat sie gesagt Pastor Solomon schau dir mal ihr alle an sie haben alle ihren Freund dabei sie haben alle ihre Freundinnen dabei ich habe keinen Freund ich habe keinen Freund ich habe keinen Freund WHAT?! was? so Averlsen und ich habe gebetet es ist gar nicht in sie eingedrungen also alles was ich gebetet habe ist gar nicht in sie eingedrungen und dann habe ich gesagt was willst du denn jetzt? und dann habe ich gesagt was willst du denn jetzt? und dann hat sie gesagt das Boy der ist mit dem Mädchen da zusammen und bevor ich zu dem noch überhaupt an den rankam war das andere Mädchen schneller bitte pray Pastor Solomon damit der Junge dieses Mädchen hasst und mich dann nimmt ich habe gesagt okay was ist denn mit Erweckung? was ist mit der Kraft des Heiligen Geistes? was ist mit allem was ich gepredigt habe? sie hat gesagt nein, aber ich brauche einen Freund wie kann Erweckung an so einen Ort kommen? und dann waren sie fertig mit dem Gottesdienst und jeder ist mit seinem Freund nach Hause gegangen wo gehen sie denn hin? manche gehen ins Kino manche gehen und haben Sex manche machen verschiedene Dinge wo soll denn da die Erweckung kommen? wer ist bereit anders zu sein? wer ist denn bereit sich hinzustellen und zu sagen das sagt die Bibel und das ist was ich bereit bin zu tun? ah Pastor Solomon ah Pastor Solomon shhhh 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 das ist Deutschland das ist nicht Afrika das ist Deutschland das ist Deutschland aber diese Bibel wurde in Afrika nicht in Nigeria geschrieben ich lese nur die Bibel ich lese nur die Bibel die in deiner Hand liegt lass mich dir sagen auch wenn du nach Amerika reist überall auf der Welt ist Gott immer noch Gott du musst zurück zu seinem Wort kommen wir müssen uns selbst unterordnen und das sein Wort die Hautfarbe unsere Hautfarbe ist egal übrigens ich bin weiß und schwarz schau dir meine Haut hier an schau dir das an also wo ist der Unterschied? preis den Herrn preis den Herrn also es macht keinen Unterschied du musst anders sein jemand muss den Preis bezahlen jemand muss sagen ich werde die Maria meiner Generation ich werde der David meiner Generation ich werde anders als jede andere Person sein und Gott sah David Gott kennt uns immer er sieht uns überall wo wir sind überall wo wir hingehen er kennt uns er sieht uns er weiß was wir tun in unserem geheimen Leben mit unseren Computern mit unseren Handys da sieht er uns er weiß was wir tun er kennt diese Person so wie David bei David war es jeden Tag so da hat er die Tiere mit rausgenommen und hat sich gut um die gekümmert und er hat den Löwe bekämpft und hat den Bär bekämpft er hat gebetet er hat also immer Musik gemacht und hat den Herrn angebetet und hat immer den Herrn angebetet und Gott hat es im Himmel gesehen dass dieser Mann Erweckung in meine Nation bringt er kann wieder Herstellung bringen und Gott schickte den Samuel und er hat ihn nicht gefunden weil er war ja an seinem Arbeitsplatz er war beschäftigt er war nicht wie jeder andere er war ein anderer Bruder wenn du jemanden heiraten willst wenn du jemanden heiraten willst einen Bruder der sein ganzes Leben mit dir lebt dann suche nach Bruder David wenn du eine Frau suchst die dein ganzes Leben mit dir lebt dann suche nach Bruder David diejenigen die Gott lieben nicht jemanden der einfach nur deine Haut liebt und nachdem er oder sie dann ganz viel von deinem Körper hatte von deinem Fleisch dann ruft er dich nicht mehr Schatzi er nennt dich dann nicht mehr Schatz er ruft dich dann einfach nur bei deinem Namen und schmeißt dich weg ein wahrer Christ eine Schwester ein Bruder wird es sagen du bist mein Bruder als jeder Jesus verlassen hatte und dann waren da noch zwölf Leute übrig von tausenden und Jesus schaute sie an und sagte zu ihnen werdet ihr auch von mir weg gehen und Petrus schaute Jesus an wo sollen wir denn hingehen du hast die Worte des Lebens du brauchst diese Art von Bruder du brauchst diese Art von Schwester der dich oder die dich bis zum Ende bis ans Ende liebt die bei dir bleibt bis ans Ende der Gott fürchtet der sagt wegen Gott aufgrund von Gottes Wort der die Bibel zitiert der Ehrfurcht hat vor Jesus aber weißt du wenn du jung bist wenn du noch Jugendlich bist alles wonach wir suchen deine Haut deine Lippen wie du aussiehst du bist so hübsch du siehst so schön aus deine Haare deine Finger du läufst so wie ein Kätzchen du läufst so wie ein Kätzchen du läufst so wie ein Kätzchen und dann hast du alle möglichen Arten von sexuellen Aktivitäten es wird nicht lange anhalten es wird nicht lange anhalten was lange anhält ist die Liebe Gottes die wahre Liebe Gottes die aus der Tiefe des Herzens kommt wo der Heilige Geist ist diese Liebe sieht über das Fleisch und über das physische und diese Liebe sieht tief in das Herz Gottes hinein das ist was Adam gesehen hat und er schaute sich Eva an und was hat Adam gesagt das ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch er hat nicht gesagt das ist mein Schatz sondern er hat gesagt das ist das Gebein meines Gebeins und das Fleisch meines Fleisches natürlich du weißt der moderne Mensch mit der modernen Sprache mein Schatz oh Honey ah, du bist mein Schätzchen und du läufst all das Honey und wenn du fertig bist ah, du bist mein Schatz ah, du bist der beste Schatz den ich jemals gesehen hab ah, du bist der beste Schatz den ich jemals gesehen hab ah, du bist der beste Schatz den ich jemals gesehen hab ah, ich hab noch nie so jemand wie dich gesehen und du läufst all das liebliche all das süße ab nachdem du das ganze süße von der Person abgeschleckt hast sagst du dann ach, geh weg aber Adam sagte das ist das Gebein von meinem Gebein und das Fleisch meines Fleisches weißt du, Adam schaute sie so an wie diese Frau kam aus mir heraus weil er verstand dass wenn du einmal verheiratet bist dann bist du verheiratet du hast das geheiratet was gefehlt hat was dich verlassen hat das ist das was du gefunden hast und jetzt hast du es gefunden und es geht auch nirgends mehr hin es geht nicht mehr irgendwohin und du wirst keine andere haben es wird immer festgeschrieben im Himmel und festgeschrieben auf der Erde aber was haben wir heute du siehst das Frauen von einem Mann zum nächsten springen von einem Mann zum nächsten springen und von einem Mann zum nächsten und die sagen wir sind Christen du bist kein Christen du bist kein Christ denn wenn du Christ bist das bedeutet wie Christ Christ würde das niemals machen Maria würde das niemals machen du musst so sein wie Jesus du musst bis ans Ende lieben wie auch immer er hatte David gefunden und vorher hatte Samuel noch gesagt habt ihr sonst noch jemanden anders dann haben sie gesagt ja aber der ist nicht zu Hause er ist nicht da er steht nicht so vorm Spiegel er macht keine Schönheitswettbewerbe er macht keine Schönheitswettbewerbe er macht nicht so Schönheitswettbewerbe er ist irgendwo anders und kümmert sich da um was Geistliches und da hat er gesagt holt mir den und er kam dann und als er hinkam sagte der Heilige Geist das ist er und Gott hat es ausgegossen wird dein Kopf derjenige sein der die Salbung bekommt wirst du dieses Herz sein das Gott sucht das liegt alles in deiner Hand es ist alles in deiner Hand schau dir an was die Bibel sagt Gott sagt er naht euch zu mir und ich werde mich euch nahmen Gott ist da wo er ist schau dir diesen Papa an er sitzt da wo er ist so ist Gott auf seinem Thron und jetzt musst du dich bewegen du musst die Schritte gehen jeden Schritt den du gehst desto näher kommst du hin geh noch einen anderen Schritt und du bist schon nicht mehr der du warst du gehst noch einen Schritt und kommst näher ran immer wenn du Dinge ablegst die Gott nicht gefallen und dann näher an ihn rangehst dann gehst du noch mehr Schritt und umso näher kommst du je näher du hin bist desto näher ist Gott je mehr du näher kommst schaut euch das an ich komme dem Papa immer näher er ist bereit mich zu umarmen je näher du kommst desto mehr siehst du ihn desto mehr kennst du ihn desto mehr verstehst du ihn schau mich einfach nur an ah ich wusste gar nicht dass der Papa so strahlt jetzt sehe ich ihn noch besser seht ihr ich komme immer näher oh ich wusste nicht dass er so ein schönes Lächeln hat und jetzt sehe ich oh ich wusste gar nicht dass der Papa schon so da sitzt als würde er jetzt fotografiert leise den Herrn hallelujah hallelujah schau dir das an es liegt jetzt alles in deiner Hand es gibt keinen Grund nach jemanden zu suchen du musst deine Errettung mit Furcht und Zittern bewirken Jesus hat den Preis bezahlt hat ihn schon bezahlt jetzt geht es darum dass du es annimmst indem du ihm gehorchst Gehorsam ich weiß dass Gott was tun wird aber er wird es durch diese Person tun diese Person diese Person diese Person diese Person die bereit ist Amen hab ich hier noch Freunde du weißt wenn man so predigt dann freuen sich die Kinder Gottes so sehr und die die auf der anderen Seite stehen die brauchen Hilfe die brauchen einfach nur Hilfe Amen Amen now listen also hör zu listen was mach ich jetzt um einen Unterschied zu machen zuerst lass Gott an dir arbeiten dein ganzes Leben bring es auf den Altar des Opfers dein ganzes Leben bring es auf den Altar des Opfers ganz einfach wenn du einmal den Preis bezahlt hast schau zuerst dich selber an mit dem Wort Gottes mit dem Wort Gottes wie bin ich sondern nicht was diese Person sagt und auch nicht wie diese Denomination es predigt sondern was sagt die Bibel mein Leben was sagt die Bibel da ok das sagt die Bibel dass es richtig ist deswegen mach ich es ok die Bibel sagt das ist falsch das schmeiß ich aus meinem Leben raus und jetzt musst du diesen Bund schließen mit Gott 2. Korinther Kapitel 6 du musst an diesen Punkt kommen zwischen dir und Gott 2. Korinther Kapitel 6 also 2. Korinther 6 wir lesen Vers 16 und 17 wir lesen Vers 16 und 17 ich liebe das das ist der Punkt wo die Veränderung beginnt das ist der Punkt wo Veränderung in deinem Leben beginnt wenn das passiert dann bist du bereit dann weißt du dass du bereit bist und das ist der Punkt wo der Bund geschlossen wird zwischen dir und Gott und lass uns das zusammen anschauen 2. Korinther Kapitel 6 Vers 17 und 18 also Vers 17 und 18 da heißt es darum geht hinaus von ihnen und sondert euch abspricht der Herr und rührt nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen das erste ist dich abzutrennen von den Dingen die dich von Gott trennen was ist die Sache die mich von Gott trennt vollkommen er trenne dich vollkommen davon ab und jede Beziehung jede Freundschaft die dich von Gott abtrennt die zerbrichst du die zerbrichst du du sagst dich los du kehrst davon um und Gott sagt wenn du das tust dann schließe ich einen Bund mit dir ich werde dich annehmen also du siehst du musst etwas tun du musst etwas tun damit Gott dich annehmen kann dass du und Gott Freunde sein können so wie er abtrennt dass du und Gott zusammen wandeln könnt du musst an diesen Punkt kommen wo du dich selber abtrennst von dem was Gott hasst vollkommen was hat er dir verheißen ich werde dich aufnehmen was hat er gesagt was du machen sollst wenn du vollkommen aus den Dingen heraus kommst die nicht rein sind Dinge die er hasst und wisst ihr was ich am meisten liebe Vers 18 ich liebe das ihr müsst euch das anschauen schaut euch das an schaut euch Vers 18 und ich will euch ein Vater sein ich werde ein Vater sein wisst ihr was das bedeutet wenn Gott dein Vater ist er wird verrückt nach dir sein er wird dich salben er wird seine Engel um dich stehen seine Gegenwart wird mit dir stehen er wird anfangen mit dir zu gehen mit dir zu arbeiten er wird anfangen dich zu gebrauchen er wird anfangen dir Dinge zu offenbaren Du wirst anfangen, Visionen zu sehen. Offenbarungen. Er wird anfangen, mit dir Gemeinschaft zu haben, wenn du schläfst. Du wirst Träume aus dem Himmel haben. Keine Albträume. Träume aus dem Himmel. Weißt du, was das bedeutet? Es heißt, ich und ich will euch ein Vater sein. Ich will euch ein Vater sein. Und schau euch an, was wir für ihn sein werden. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein. Spricht der Herr, der Allmächtige. Wow. Ich möchte, dass er mein Vater ist. Aber dass er mir ein Vater sein kann, muss ich etwas tun. Ich muss etwas tun. Du siehst heute viele Christen. Und da siehst du etwas, was ganz offensichtlich ist in ihrem Leben. Sie sind von Gott abgetrennt. Ja, die sagen, ich bin Christ. Aber schau sie an. Kein Frieden. Keine Freude. Keine Kraft. Keine Gerechtigkeit. Sie tragen die Gegenwart Gottes nicht in sich. Es gibt da keinen Unterschied zwischen ihnen und die, die Jesus nicht kennen. Wo ist der Vater? Wo ist der Vater in ihrem Leben? Und dann werden diese Christen religiös. Sie folgen Gott einfach nur noch mit ihrem Körper. Und sie gehen ins Haus Gottes und erleben Gott nicht. Die kommen nach Hause und erleben Gott nicht. Und das sind die Christen, die immer vom Teufel reden. Alles ist bei denen der Teufel. Teufel, Teufel, Teufel. Oh ja, Teufel. Dann fragst du dich. Ist der Teufel dein Freund? Weil ich sehe meinen Freund ja mehr, als ich meinen Feind sehe. Oh ja. Ich rede mehr über Gott, weil er mein Freund ist. Er ist mir nahe. Also rede ich mehr über ihn. Also du redest mehr von deiner Frau, als dass du über die Frauen von anderen Leuten redest. Du redest mehr von deinen Eltern, als dass du über die Eltern von anderen Leuten redest. Und du redest mehr von deiner Mutter und deinem Vater, mehr als über andere. Warum? Weil du ihnen nahe bist. Du kennst sie. Wenn du weit weg bist von Gott, dann wirst du Satan nahe sein. Du kannst nicht zwei meistern dienen. Du bist dem entweder nahe oder dem anderen. Und du kannst den beiden nicht gleichzeitig nahe sein. Die Person, der du nahe bist, manifestiert sich selber in deinem Leben. Derjenige, dem du nahe bist, zeigt sich dir selber. Oh ja. Ja. Wenn du dem Teufel nahe bist, du siehst die ganze Zeit schlechte und miserable Sachen in deinen Träumen. Und dann verpackst du das in guten Ausdrücke, gute Worte. Albtraum. Aber wenn du Gott nahe bist, was sagt da die Bibel? Wenn der Heilige Geist kommt, heißt es, Da steht, manche Leute werden Träume träumen. Manche werden Visionen sehen. Manche werden prophezeien. Da wird es Zeichen und Wunder geben. Wo ist Gott in deinem Leben? Wo ist Gott in deinem Leben? Geh zurück an den Punkt des Bundes, damit Gott gegenwärtig sein kann. Ich trage Christus. Er lebt in mir. Er strahlt aus mir heraus. Er ist in mir. Er strahlt durch mein Gesicht. Er scheint in meinem Körper. Du musst an diesen Punkt kommen, wo du und Gott als Vater und Sohn oder Vater und Tochter miteinander in Beziehung sind. Das ist der Punkt, an dem du jetzt gerade bist. Da braucht dich Gott. Zum Schluss. Also zum Schluss, bevor ich mit euch rede. Und jetzt sucht Gott nach jemanden. Jemand. Der David. Der David. Der Peter. Der Petrus. Der Paulus. Der Moses. Der Mose. Die, die ihre Generation verändern. Die Welt verändern. Sind sie heute Abend hier? Wir sind hier heute Abend. Let's give Jesus praise. Hallelujah. 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 Wisst ihr was? Menschen, die bereit sind, festzustehen, egal wie die Situation ist. So wie Bruder Hiob. Ich liebe Hiob. Als Hiob Versuchungen erlebte. Als er Momente der Versuchungen erlebte. Da hat Gott gewartet. Um zu sehen, was der Hiob macht. All seine Geschäfte. Seine Landwirtschaft. Die Tiere. Das war alles weg. Wow. Und er hat seine Frau angeschaut. Er wollte Worte des Trostes. Aber die Frau hat ihn angeschaut. Und hat zu ihm gesagt, vertraust du Gott immer noch? Verflure Gott und sterbe. Oh mein Gott. Seine Frau hatte keine Worte des Trostes. Und sie hat dann ihre Sachen genommen und ist gegangen. Hiob hatte Schmerzen. Aber er hielt an Gott fest. Alles an ihm war krank. Er war alleine. Und dann hat er seine Freunde angeschaut. Und seine Freunde kamen. Kannst du dir das vorstellen? Alles ist von dir weg. Deine wunderbare Frau ist weg. Und er hat dann sich umgeguckt und gesagt, habe ich noch Freunde? Und dann kamen seine Freunde. Sieben Tage lang haben sie den Hiob angeschaut. Haben wir so gelitten? Kannst du dir vorstellen, dass deine Freunde dich einfach nur so anschauen? Manche haben sich einfach nur so an den Kopf gefasst. Manche haben es so gemacht. Alle haben ihren Kopf geschüttelt. Du schaust den an. Keine Worte des Trostes. Du schaust den an. Keine Worte der Hoffnung. Warum hat Gott es zugelassen, dass es mir passiert? Gott möchte dich befördern. Gott möchte, dass es besser wird. Gott hat einen Plan. Bis zum letzten Punkt. Schau dir das an. Schau dir das an. Und dann nach sieben Tagen fingen die alle an, ihn wirklich richtig zu befeuern. Die haben ihn echt befeuert. Und hat den angeschaut. Der hat ihn echt, also eins reingestellt. Und hat den angeschaut. Das hat ihn so getroffen. Und der andere hatte auch keine Gnade mit ihm. Und Hiob hat festgehalten. Und das eins, das Hiob gesagt hat, als ich Verfolgung erlebte, als ich mein Leben Jesus gab, und ich wirklich ernsthaft verfolgt wurde, da hat mich diese Stelle aufrecht erhalten. Als meine Eltern mir nichts zu essen gegeben hatten. Als in der Ortschaft niemand mit mir gesprochen hat. Als ich geschlagen wurde, da hat mich diese Bibelstelle erhalten. Und was war das für Entschuldigung? Die Worte Hiobs. Was hat Hiob gesagt? Er sagte, meiner Gerechtigkeit halte ich fest. Ich werde sie nicht gehen lassen. In diesem Moment hat mich diese Bibelstelle bewahrt. Egal was passiert, ich werde nicht fallen. Egal was passiert, ich werde nicht aufgehen. Egal was passiert, ich werde an Gott festhalten. Er kennt mich. Er liebt mich. Gott ist kein Mensch. Menschen können Fehler machen. Aber Gott wird dich nicht enttäuschen. Und weißt du was? Nach dem einen rief Gott den Hiob aus dem Himmel heraus. Hiob! 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 Ja, mein Vater! Ja, mein Vater! Du musst dir zu deinen Freunden beten. Beten für alle, die gegen dich waren. Weißt du was das bedeutet? Zu vergeben und für Menschen zu reden. Und für Menschen zu reden, die wollen, dass du hinfällst. Das ist was ich gelernt habe zu tun. Und als Hiob Gott gehorchte, hat Gott ihn wiederher geschickt. Alles in doppelten Mabel. Alles doppelt. Und ich bete für euch heute Abend. Dass Gott euch wiederherstellt. Er wird es doppelt machen. Er wird eure Vergangenheit bereinigen. Er wird deine Vergangenheit komplett bereinigen. All deine Wunden. All deine Verletzungen. All deine Schmerzen. Dass Gott es heilen wird. Und dass mit der Zeit, wo er dich dann wiederhergestellt hat, wenn er anfängt zu arbeiten, dann wirst du wissen, dass er wirklich dein Vater ist. Und jetzt sagt Gott, in Ezekiel, Kapitel 22, Vers 30, Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte, aber ich fand keinen. Gott sucht immer nach jemanden. Das ist was ich heute in meinem Herzen habe. Jemand, der einen Unterschied macht in seiner Welt. Jemand, der einen Unterschied macht. Jemand, der bereit ist, an diesen Punkt mit Gott zu kommen, wo er oder sie und Gott zusammenkommen können und übereinstimmen können. Wo sie diesen Bund schließen können. Wo die Person dann sagt, ich bin tot zu den Verletzungen in der Welt. Ich bin tot für das ganze Böse in der Welt. Ich bin dem Herrn komplett verkauft. Und wo Gott dich dann umhüllt mit seiner Gegenwart, so wie es bei Mose war. Als Mose Gott begegnete. Als er wiederkam. Oh mein Gott. konnte niemand in sein Gesicht schauen. Niemand konnte in sein Gesicht schauen. Wenn du und Gott an diesen Punkt gekommen sind. Wenn du dann wiederkommst, bist du anders. Du siehst, Mose hatte die Menschen verlassen. Und die waren immer noch dieselben. Aber er ging zu Gott. und hat sich vor Gott hingelegt. Und es Gott begegnet. Und als er dann zurückkam. War er komplett anders. Er war komplett anders. Und niemand konnte in sein Gesicht schauen. Ein Tag wird kommen. Sehr bald. Sehr bald. Wenn Gott anfängt, sein Werk in deinem Leben zu tun. Die Leute werden anfangen zu sagen, so wie sie zur Zeit von Jesu gesagt haben. Ist es nicht der Sohn eines Zimmermanns? Ist es nicht der Petrus, der Analphabet, der Fischer? Ist es nicht Mose, der stoddert? Was ist passiert? Er ist Gott begegnet. Ich würde jetzt gerne mit euch beten. Bitte aufstehen. Würdet wäre das gut. Öffne einfach jetzt dein Herz, da wo du bist. Öffne dein Herz, da wo du bist. Lass das Wort Gottes etwas in deinem Leben tun. Etwas Neues. Etwas Neues. Etwas Neues. Ja, sprich mit dem Vater. Sprich mit dem Vater. Rede jetzt einfach mit Gott. Sag Gott, ich bin bereit, dich an deinem Alltag zu begegnen. Ich brauche eine lebensverändernde Begegnung, Erfahrung. Ich brauche eine lebensverändernde Erfahrung. Ich möchte anders sein. Ich möchte anders sein. Damit ich einen Unterschied in meiner Welt machen kann. Vater, ich bin hier, oh Gott. Ich bin hier, oh Gott. Genau jetzt. Right now. Vater, tu etwas Neues in meinem Leben. Ich gebe dir alles. Alles in meinem Leben. Gebe ich dir. Was zwischen mir und dir steht, Gebe ich weg. Heiliger Geist. Heiliger Geist. Heiliger Geist. Ich bin hier, oh Gott. Ich möchte, dass ihr jetzt alle dieses Gebet mit mir betet. Oh mein Vater. Ich stehe vor deiner königlichen Majestät. Ich komme, um mich vor dir zu beugen. Ich komme, um mich vor dir zu beugen. Ich opfere mich dir selber. Ich opfere mich dir selber. Als ein Opfer. Nimm mich, Herr. Mein Geist, Seele und Leib. Mein Willen für deinen Willen. Mein Ja für dein Ja. Mein Ja für dein Ja. Mein Nein für dein Nein. Von diesem Moment an. Von diesem Moment an. Meines Lebens. I'm ready to work with you. Bin ich bereit mit dir zu gehen. As you say and as you want. So wie du es sagst und wie du es willst. So wie du es sagst und wie du es willst. Ich schmeiße jede Aktivität Satans aus meinem Leben. Jede Aktivität des Reichs der Finsternis, davon sage ich mich los in Jesu Namen. Jede Aktivität der Finsternis, davon sage ich mich los in Jesu Namen. I completely renounce and defeat the spirit of fear. Ich besiege und sage mich komplett los von jedem Geist der Furcht. Ich besiege und sage mich komplett los von jedem Geist der Furcht. The spirit of worries. Den Geist der Sorge. Den Geist der Sorge. The spirit of depression. Den Geist der Bedrückung. Den Geist der Bedrückung. And every unbelief. Und jeden Unglaube. Und jeden Unglaube. Und Zweifel sollen weg aus meinem Leben. Und Zweifel sollen weg aus meinem Leben. Ich stehe unter der Dusche des Blutes Jesu. Um mich komplett rein zu waschen. Während ich jetzt heraustrete mit deiner Kraft und Autorität. Während ich jetzt heraustrete mit deiner Kraft und Autorität. Vater heile mich jetzt. Vater heile mich jetzt. Jede Krankheit in meinem Körper. Jede Krankheit in meinem Körper. I command you in the mighty name of Jesus. Ich gebiete dir in den mächtigen Namen Jesus. Ich gebiete dir in den mächtigen Namen Jesus. Leave me now. Verlasse mich jetzt. Verlasse mich jetzt. By the power in the name of Jesus. Durch die Kraft im Namen Jesus. Durch die Kraft im Namen Jesus. Ich empfange Heilung. Ich empfange Heilung. Ich empfange Heilung. Ich empfange Heilung. By the stripes of Jesus. Durch die Striven in Jesus. I receive healing. Empfange ich Heilung. Empfange ich Heilung. Danke, Vater. Danke, Vater. In meiner Welt. In dieser Generation. Um einen Unterschied zu machen. In Jesu Namen beten wir. Amen. Und jetzt werde ich für euch beten. Vater, ich bringe deine Freude, deine Frieden und deine Hoffnung in ihre Herzen. Deine Kraft, oh Gott. Deine Stärke. Diesen Glauben, der Berge versetzt. Der Glaube, der Berge versetzt. Du böser Geist, der sie niedergedrückt hält. Der die Zuversicht zerstört. Wir bringen dich raus aus ihrem Leben. Von heute an. Stoppen wir dich. Durch die Kraft Jesu. Verlasse sie jetzt. Satan, löse deinen Griff. Deinen Griff von ihrem Körper. Deinen Griff von ihren Seelen. Deinen Griff an ihrem Verstand. Deinen Griff an ihrem Geist. An ihrem Herzen. An ihren Finanzen. Deinen Griff an ihren Ehen. Wir brechen diesen deinen Hals. Wir brechen es. Wir zerbrechen ihn in dem mächtigen Namen Jesus. Und wir befehlen dir zu gehen. Und nie mehr wieder zu kommen. Jesus. Ich übergebe sie dir. Bring deine Segnungen auf sie. Von jetzt und für immer. In Jesus' Namen. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. 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 Vielen Dank.